ich bin jetzt 52 jahre und ich bin einiges einiges auf baustellen gesehen aber dieses mauerwerk hier ist meine bekannten vor fünf jahren von einem klammer auf maurer klammer zugemacht worden keine ahnung also ich weiß nicht also das von unserem unterstanden das was also für mich das schlechteste mauerwerk er war in poroton